Herzlich willkommen zu einem Video der Baum- und Rebschlussschreiber. In der Nacht von 4. auf 5. April 2022 hatten wir in ganz Österreich wieder teilweise verheerende Spätfröste. Temperaturen bis minus 6,5, maximal minus 7 Grad. Und das, obwohl schon viele Obstarten wie zum Beispiel Marillen oder frühblühende Pfirsiche in der Blüte stehen. Deswegen hat es auch wieder Spätfrostschäden gegeben. Und in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr jetzt kontrollieren könnt, ob eure Bäume geschädigt sind oder ob sie den Frost noch gut ausgehalten haben. Eins vorweg, bei uns hier am Standard haben wir in nicht idealen Lagen für den Obstbau, in tiefen Lagen schon zum Teil sehr starke Schäden. In guten Lagen und mit guten Sorten schaut es aber momentan auch noch sehr gut aus. Hier hinter mir stehe ich gleich vor einer sehr reichblühenden Marillensorte. Hier sind zum Teil bis zu 50% der Blüten geschädigt. Das bedeutet aber nicht, dass wir im Endeffekt auf Marillen bei der Ernte verzichten müssen. Denn so ein 4-5 Jahre alter Marillenbaum, der hat bei uns zwischen 4.000 und 6.000 Blüten. Und eigentlich brauchen wir nur 350 Früchte für eine gute Ernte, wo dann auch die Früchte eine Spitzenqualität haben. Das heißt, momentan bleibt in den meisten Obstgärten von uns noch genügend über. Generell kann man sagen, Marillen, frühblühende Pfirsiche, die sind schon teilweise stärker betroffen. Bei Kirschen, Zwetschgen, Äpfel, Birnen andererseits schaut es wieder sehr gut aus. Die haben momentan kaum Schäden. Natürlich kann ich jetzt nur für unseren Standort hier in Polsdorf sprechen. Es hat in den meisten Regionen Österreichs gefroren und genauso auch in Deutschland. Ob es bei dir Schäden gibt und wie du darauf kontrollieren kannst, das zeige ich dir jetzt in diesem Video. Es ist ein Zusammenschnitt aus mehreren älteren Videos von uns, in dem ich euch jetzt aber nochmal alles Wichtige speziell zum Thema Frostschaden zusammengeschnitten habe. Viel Spaß! Um Frostschäden effizient bonitieren zu können, ist es jetzt wichtig, die Frosttypen zu kennen und wie sich diese auf die Blütenorgane auswirken. Es gibt nämlich zwei verschiedene Arten von Spätfrost. Und zwar ab der einen Hand den klassischen Strahlungsfrost. Das sind die meisten Spätfröste. Der ist charakterisiert dadurch, dass er beinahe Windstil ist oder dass es Windstil ist, dass die kalte Luft absinkt und sich quasi der Frost von unten nach oben aufbaut. Also in windstillen Nächten ist es am Boden immer kälter wie auf zwei Meter Höhe. Und das ist ganz, ganz oft entscheidend, ob Blüten überleben oder nicht. Beim Windfrost ist es so, dass die Luftschichten durchmischt werden. Und da reichen schon wenige Kilometer pro Stunde an Wind aus, damit das passiert. Beim Windfrost ist es jetzt nicht so, dass sich da die kalte Luft von unten nach oben aufbaut, sondern es ist oftmals sogar so, dass es auf zwei, drei Meter Höhe kälter sein kann wie auf 60 Zentimeter. Genauso ist es so, dass es auf Hängen beim Windfrost oftmals oben oder auf windexponierten Lagen zu stärkeren Schäden kommt wie in einem Tal. Das Tal wäre aber beim klassischen Spätfrost, bei dem Strahlungsfrost, der ohne Wind ist, immer deutlich stärker betroffen, weil die kalte Luft ohne Wind absinkt wie Wasser den Hang hinunter fließt und sich unten staut. Jetzt ist es so, dass je weiter ein Baum in der Vegetation fortgeschritten ist, immer empfindlicher wird. Das heißt, je früher in der Saison, desto mehr Kälte halten die Bäume noch aus. Und da gibt es einen ganz weit verbreiteten Mythos. Und zwar, dass Bäume in der Blüte erfrieren, aber sobald die Blüte vorbei ist, keine Gefahr mehr besteht. Und das ist absolut falsch. In der Blüte sind Bäume oftmals sogar noch, oder sind Früchte oftmals sogar noch relativ widerstandsfähig und können 2-3 Grad Minus zumindest zur Hälfte noch überstehen. Wenn aber einmal Früchte da sind, die nicht mehr von Blütenorganen geschützt sind, dann werden sie immer empfindlicher, weil dann sind sie der Kälte schonungslos ausgesetzt. Solange noch Blütenblätter um die Früchte vorhanden sind, wirken die wie eine Decke, die Wärme speichern können und die Früchte warm halten. Einige Tage nach den Frösten kann man jetzt schon extrem gut erkennen, wie viel überbleiben wird, welche Blüten noch zu Früchten werden können und welche nicht mehr. Hier unten ist eigentlich 100% der Blüten erfroren. Wenn man die Blüten abnimmt und öffnet, sieht man, dass der Fruchtknoten braun, teilweise sogar schwarz ist. Auch der Griffel ist verkümmert, schwarz und auch die weibliche Narbe an der Spitze des Griffels ist stark geschädigt, schwarz. Wenn nur eines dieser Organe, entweder der Fruchtknoten, der Griffel oder die Narbe, schwarz sind, hat man verloren. Es bringt nichts, wenn zwei Drittel der Frucht gesund ist, sie kann sich nicht mehr weiterentwickeln. Halbtot oder halbschwanger gibt es nicht. Wenn ich mir jetzt hier einige Tage nach dem letzten starken Frost ansehe, wie die Blüten ausschauen, kann ich schon sehr leicht feststellen, was gesund ist und was nicht. Ich kann hier einerseits über die Blüten nur leicht drüber streifen und die, die mir sofort entgegenkommen, die keinen Halt mehr haben, das sind eh schon fast alle, die sind zu 100% geschädigt. Die würden nicht überleben, auch wenn ich sie jetzt hängen lasse, sondern werden beim nächsten stärkeren Wind von ganz alleine fallen. Ich habe jetzt bei den Marillen aber die Möglichkeit, die Frucht gar nicht mehr öffnen zu müssen und trotzdem festzustellen, ob sie gesund ist oder nicht. Das war vor zwei, drei Tagen direkt nach dem Frost noch nicht schön sichtbar. Aber man findet, wenn ich mir hier von oben einen Trieb hinunterbiege, immer wieder Blüten, die noch einen weißen Griffel haben. Und die Blüten mit diesem weißen Griffel, die lassen sich jetzt ganz leicht unterscheiden zu den anderen, bei denen der Griffel überhaupt nicht mehr sichtbar ist. Bei manchen ist er dunkelbraun bis schwarz, die mit den schwarzen Griffeln sind erfroren und die, die jetzt noch einen gesunden weißen Griffel aufweisen, diese Blüten, die werden es Stand heute noch schaffen und wenn keine weiteren Fröste, Hagel oder sonst etwas kommt, dürfen wir uns von diesen Blüten noch einen Ertrag erwarten. Schauen wir uns jetzt an, wie sich das Ganze bei anderen Obstarten, wie zum Beispiel dem Apfel, verhält. Der Apfel blüht deutlich später als die Marille. Man sieht hier, aus einer Knospe beim Apfel können sich immer fünf Blüten entwickeln. Aus nur einer Knospe fünf Blüten. Das heißt, aus einer Knospe können auch, wenn es keine Frostschäden gibt und man nicht ausdünnt, sich fünf Früchte entwickeln. Das ist deutlich zu viel, deswegen man muss auch hier zwingend ausdünnen, wenn kein Frostschaden passiert ist. Die Blüte des Apfels sieht jetzt so aus, dass man eben immer fünf Blüten in einem Blütenbüschel hat und in der Mitte eine etwas dickere, größere Blüte ist, die immer etwas stärker entwickelt ist und auch immer etwas früher in der Entwicklung ist, als die vier um sie herum. Diese dickere, stärkere Blüte, die nennt man Königsblüte. Und nicht nur die Blüte ist etwas größer als die herumliegenden, sondern auch die Äpfel, die aus diesen Blüten entstehen, sind tendenziell größer wie aus den kleinen Blüten rundherum. Kleiner Nachteil dieser Königsblüten ist, dadurch, dass sie in der Entwicklung immer etwas früher sind, sind sie auch noch früher sensibler auf Spätfröste und deswegen die ersten Blüten, die bei Spätfrösten erfrieren. Wenn wir jetzt eine Apfelblüte kontrollieren auf Spätfrostschäden, geht das, wenn sie noch nicht aufgeblüht sind, am besten mit einem Messer, indem man sich die Blüten herausnimmt und am besten einmal in der Mitte mit einem scharfen Messer durchtrennt und sich jetzt ansieht, ob innen der Fruchtknoten strahlend grün ist, vital ausschaut oder ob auch dieser schon braun, schwarz verkümmert ist. Sollte das der Fall sein, dann wird sich diese Blüte nicht mehr weiterentwickeln und in den nächsten Tagen beim nächsten stärkeren Wind abfallen. Wenn innen der Fruchtknoten grün ist, dann besteht noch Hoffnung, diese Blüte kann sich noch immer schön weiterentwickeln und kann ein hervorragender Apfel werden. Was im heutigen Stadium bei Äpfeln und Birnen noch nicht sichtbar ist, mit was wir aber ganz, ganz stark rechnen bei diesen Obstarten, sind Früchte, die sich entwickeln mit Qualitätsschäden. Ganz typisch sind zum Beispiel Frostzungen, starke Berostungen. Das heißt, die Frucht entwickelt sich noch voll aus, hat dann aber zum Beispiel verschiedenste Schalenfehler. Bei Birnen verhält es sich jetzt sehr, sehr ähnlich wie bei den Äpfeln. Kleiner Unterschied in der Blüte von Apfel zu Birne ist, dass bei der Birne aus einer Knospe sogar sieben Blüten entstehen können und deswegen sich auch sieben Früchte entwickeln können. Stellt euch vor, dass hier an diesem Spitz, an diesem kurzen Fruchttrieb, an diesem Fruchtspieß sieben Birnen dranhängen. Ich glaube, das leuchtet jeden ein, das wäre viel zu viel. Deswegen, auch bei den Birnen wäre es ausreichend, wenn ein bis maximal zwei Birnen pro Blütenbüschel überbleiben. Mehr möchten wir gar nicht. Kontrollieren können wir jetzt die Birnen genauso wie den Apfel, indem wir einzelne Blüten am besten herausnehmen. Auch hier haben wir jetzt schön außen noch die geschlossene Blüte mit den grünen Kelchblättern außen, dann mit den leicht rötlich durchschimmernden Blüten oder Chromblättern. Und da drinnen befindet sich jetzt wieder der Fruchtknoten. Wenn ich die Blüte jetzt in der Hälfte teile, kann ich mir dabei jetzt wieder die einzelnen Blütenorgane schon ansehen und sehe in dem Fall, dass ich sogar Glück gehabt habe, beziehungsweise Pech. Ich habe nämlich eine gute Birne weggeschnitten, die sich jetzt natürlich nicht mehr weiterentwickeln kann. Auch hier sehe ich jetzt, dass die Staubbeutel noch grün, beziehungsweise mit einer roten Spitze strahlend kräftige Farben aufweisen. Das heißt, die sind gesund. Und der Fruchtknoten, beziehungsweise der Griffel, der ist jetzt noch sehr klein, aber auch das ist schön sichtbar, dass er grün ist. Das heißt, diese Birne wäre Stand heute sicherlich noch gesund gewesen und nicht erfroren. Bei der Kirsche ist die Blüte am heutigen Tag auch noch geschlossen. Ganz typisch für Kirschen ist, dass sich jetzt manchmal aus einer Knospe zwei Kirschen entwickeln. Deswegen können sich Kinder im Sommer auch Ohrringe basteln, natürlich auch Erwachsene. Es können aber auch drei oder nur eine Kirsche aus einer Knospe entstehen. Am besten kontrolliert man sie jetzt auf Spätfrostschäden, indem man hier auch einzelne Blüten herausnimmt und sie mit dem Messer durchtrennt. Ganz typisch dabei für die Kirsche ist, dass sie etwas klebrig ist. Und ganz oft ist es so, dass eigentlich die Staubbeutel sehr, sehr gesund aussehen, aber die Narbe, der Fruchtknoten und der Griffel, der ist klein, verkümmert, schwarz und erfroren. Und in diesem Fall ist auch die Kirsche geschädigt. Auch wenn außen die Kelchblätter super gesund aussehen und sich jetzt vielleicht sogar noch drei, vier Tage weiterentwickeln und öffnen und in drei, vier Tagen der Baum sogar weiß ausschauen kann, ist diese Blüte jetzt schon geschädigt. Bei Kirschen kann man sich leider sehr leicht täuschen lassen. Bei diesen Blüten, wo nur die weiblichen Fruchtorgane geschädigt sind, die sind verloren. Die haben keine Chance mehr, eine gesunde Kirsche zu entwickeln, auch wenn es jetzt noch für einige Tage schön ausschaut. Manche Kirschensorten vor der Blüte empfindlicher auf Frostschäden sein können, wie Marillensorten in der Blüte. Deswegen befürchten wir, dass wir auch heuer nur 10 bis 20 Prozent von einem normalen Kirschenertrag haben. Ähnlich wie bei unseren Marillen und das, obwohl die Kirschen eigentlich noch deutlich später in ihrer Entwicklung sind. Ich hoffe, dass ich euch mit diesem Video helfen konnte, dass ihr jetzt in euren Gärten auch zu Hause nachschauen könnt, ob noch Obst für den Sommer zu erwarten ist oder nicht. Ich wünsche euch auf jeden Fall alles Gute und dass ihr natürlich eine reiche Ernte habt.